Usefulgerman.com Wie ihr wisst, habe ich ein Auto. Ich liebe deutsche Autos. Ich liebe deutsche Autos. Autofahren macht sehr viel Spaß. Autofahren macht sehr viel Spaß. Jeden Morgen steige ich in mein Auto. Jeden Morgen steige ich in mein Auto. Der Fahrersitz ist sehr bequem. Als erstes schnalle ich mich an. Als erstes schnalle ich mich an. Wer sich nicht anschnallt, muss eine Strafe zahlen. Wer sich nicht anschnallt, muss eine Strafe zahlen. Dann starte ich den Motor. Dann starte ich den Motor. Mit dem rechten Fuß trete ich auf das Gaspedal. Mit dem rechten Fuß trete ich auf das Gaspedal. Der Wagen fährt ganz langsam los. Bei der Fahrt schaue ich regelmäßig in den Rückspiegel. Bei der Fahrt schaue ich regelmäßig in den Rückspiegel. Es ist sehr gefährlich, beim Autofahren mit dem Handy zu spielen. Es ist sehr gefährlich, beim Autofahren mit dem Handy zu spielen. Deshalb benutze ich mein Handy beim Autofahren nicht. Deshalb benutze ich mein Handy beim Autofahren nicht. Einmal pro Woche halte ich an der Tankstelle. Dort tanke ich Benzin. Mein nächstes Auto wird ein elektrisches Auto sein. Mein nächstes Auto wird ein elektrisches Auto sein. Ein elektrisches Auto kann ich in meiner Garage aufladen. Ein elektrisches Auto kann ich in meiner Garage aufladen. Dann brauche ich nicht mehr zur Tankstelle fahren. Dann brauche ich nicht mehr zur Tankstelle fahren. Für die Umwelt ist ein elektrisches Auto auch besser. Für die Umwelt ist ein elektrisches Auto auch besser. Elektrische Autos erzeugen keine Abgase. Elektrische Autos erzeugen keine Abgase. Mein Auto muss regelmäßig zur Durchsicht. Mein Auto muss regelmäßig zur Durchsicht. Mein Auto ist ein elektrisches Auto. Deshalb fahre ich ab und zu in meine Autowerkstatt. Deshalb fahre ich ab und zu in meine Autowerkstatt. Wenn mein Auto kaputt ist, muss ich mit dem Bus zur Arbeit fahren. Wenn mein Auto kaputt ist, muss ich mit dem Bus zur Arbeit fahren. Wenn mein Auto kaputt ist, muss ich mit dem Bus zur Arbeit fahren. Hast du auch ein Auto? Hast du auch ein Auto? Hast du auch ein Auto? Fährst du gerne Auto? Fährst du gerne Auto? Hast du auch ein Auto? Vielen Dank.